Erneut gewinnt die Alternative für Deutschland vor Gericht. Diesmal vor dem höchsten Verfassungsgericht in Brandenburg. Warum, gucken wir uns in diesem Video genau an. Und damit moin zusammen, ich bin Olli, für kritischen Content, jetzt ein Abo dalassen. Und es ist mal wieder erschreckend, dass sich diese Partei wieder mal vor Gericht behaupten muss, damit Recht passiert in diesem Land. Weil es offensichtlich immer mal wieder von den regierenden Parteien so ausgelegt wird, wie sie es denn gerne hätten und brauchen würden. Und surprise, surprise, da wir uns in diesem Jahr in einem Wahljahr befinden für die Landtagswahlen, wir gucken uns gleich die Umfragewerte für die Alternative und die anderen Parteien speziell in Brandenburg auch nochmal an, ist es schon ganz, ganz eindeutig, dass man hier einfach ein schönes, attraktives Wählergeschenk machen wollte. So meine Wahrnehmung. Euro könnt ihr mal hier in die Kommentare reinschreiben. Und es ist ganz interessant, der Tagesspiegel berichtet hier. AfD siegt am Verfassungsgericht. Brandenburg-Paket war verfassungswidrig, wie es hier heißt. Wenige Monate vor der Brandenburg-Wahl triumphiert die extreme Rechtspartei, die gegen das milliardenschwere Hilfspaket der Kenia-Koalition geklagt hatte. Welche Folgen hat das Urteil? Und erstmal auf diese Begrifflichkeit extreme Rechtspartei. Also wisst ihr Leute, darüber alleine könnte man sich ja schon mal eine Stunde unterhalten, wie viele Begrifflichkeiten mittlerweile für die konservative Alternative verwendet werden. Es ist dann Lächerlichkeit doch wirklich nicht mehr zu übertreffen. Warum sagen sie nämlich einfach die Partei? Oder steht bei den Grünen die extrem grüne Partei? Die, bei den Linken die extreme Linkspartei? Bei BSW beispielsweise ebenfalls. Habe ich noch nichts davon gesehen. Man sieht dieses Framing immer nur bei der Alternative. Aber ich habe das auch in zahlreichen Kommentaren ja von euch gelesen. Ihr seid es leid. Die Bürger sind es leid, so indoktriniert zu werden. Sie nehmen es auch nicht mehr für voll. Und schon mal gar nicht wird das negativ angesehen von den meisten. Aber ihr könnt ja eure Meinung dazu mal unten reinschreiben. Und das Ganze geht dann hier weiter, nämlich, dass das Urteil mit dem höchsten Landesgericht einer Klage der Extremrechten, da haben wir es wieder, AfD-Landtagsfraktion, stattgab, hat Gerichtspräsident Markus Möller am Freitag in Potsdam verkündet. Zitat, eine Rückabwicklungspflicht ergibt sich daraus nicht, erklärte er. Und das wiederum finde ich ganz interessant, dass man etwas machen kann. Okay, dann bekommt man zwar ein bisschen auf die Finger dafür vom Gericht und das war dann nicht in Ordnung. Aber rückgängig gemacht werden müssen die Entscheidungen nicht. Ist auch schon ganz, ganz interessant, wie mit dem Recht in Deutschland hier mittlerweile verfahren wird. So finde ich. Aber ihr könnt ja eure Meinung unten reinschreiben, wie gerade eben schon gesagt. Das Ganze geht sich darauf zurück, auf die Notlagenerklärung der Kenia-Regierung in Brandenburg. Die hat nämlich ein milliardenschweres Brandenburg-Paket, so genannt, im ursprünglichen Doppelhaushalt für 2324 gerichtet. Ja, und zu Deutsch, das ist ein Schuldenpakt. Das ist ein Schuldenpakt, nicht mehr und nicht weniger. Und das bedeutet ja, dass die Bürger jetzt quasi was bekommen, aber auf der anderen Seite über Jahre hinweg natürlich wieder zurückbezahlen müssen. Dass die Kinderkoalition aus SPD, CDU und Grünen Ende 22 zur weiteren Abminderung der Folgen der Ukraine und Preiskrise im Land aufgelegt hatten, heißt es hier. Daraus schlossen Hilfsgelder für Familien, Kommunen, Sportvereine, Krankenhäuser und Unternehmen. Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hatte wegen der verfassungsrechtlichen umstrittenen Passagen in dem im vorigen Jahr beschlossenen Nachtragshaushalt bereits korrigiert. Das Verfassungsgericht, jetzt kommt's, begründete das Urteil damit, dass Regierung und Landtag im Brandenburg-Paket den zwingend notwendigen Veranlassungszusammenhang zwischen den Notlagekrediten und den Krisenbewältigung vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichend nachgewiesen habe. Und zwar nicht für Einzelmaßnahmen und damit in der Folge auch für das Gesamtpaket. Also eine schallernde Ohrfeige, lauter könnte es quasi nicht klatschen, sagt immer manch einer. Die Beschreibung habe sich teils auf pauschale Schlagwörter beschränkt, so Möller. Die Verfassungsrechtslage sei jedoch so, dass aus Notlagenkrediten, da sind sie, die ich angesprochen hatte, keine allgemeinpolitischen Maßnahmen finanziert werden dürfen, die man angesichts der günstigen Gelegenheit auflege. Tja Leute, da sieht man mal wieder, wie das hier komplett ad absurdum geführt wird. Und das Schlimme daran ist ja, das werden die wenigsten Leute mitbekommen, dass das offensichtlich nicht rechtens war. Sonst hätte das Gericht nicht so entschieden. Und das ist wirklich sehr schade. Die Erklärung der Notlage selbst durch den Landtag, die der Landtag mit Folgen des russischen Angriffskrieges begründet hatte, wurde vom höchsten Gericht hingegen bestätigt. In diesem Punkt wurde die Klage der AfD, die Notlagenerklärung für nichtig zu erklären, abgewiesen, heißt es hier. Dann heißt es vom AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, Zitat, Geiler kann man es nicht ausdrücken. Den fand ich echt gut. Der war richtig schön ausgedrückt. Aber jetzt müssen wir überlegen, was ist die Folge daraus? Die Folge daraus, politische Konsequenzen werden sich jetzt auf irgendeiner Ebene nicht ergeben. Und das muss man sich mal reinziehen, wie dreist das ja auch ist. Die gehen ja hin und haben ja hochdozierte, hochbezahlte Beamten in ihren Behörden und wissen doch schon im Vorhinein, dass das nicht rechtens ist. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Ansonsten wären das nicht top angestellte Beamte. Die gehen also das Risiko ein solch einer Klage, was den Steuerzahler viel Geld kostet. Uns alle. Über den Länderfinanzausgleich beispielsweise für Brandenburg zahlen wir alle. Das nur noch dazu gesagt. Dementsprechend, wieso gibt es keine Politikerhaftung an dieser Stelle jetzt hier für diejenigen, die das veranlasst haben und entschieden haben, so zu machen? Das wäre doch mal die richtige Konsequenz, damit so etwas nicht noch häufiger passiert. Die Bürger, die das Ganze wie noch mal nicht mitbekommen werden, habe ich gerade angesprochen. Aber genauso gibt es zahlreiche Leute, beispielsweise du, der jetzt das Video schaut und dem bitte einen Daumen da lässt und ein Abo hier lässt. Dementsprechend, die haben das mitbekommen und die werden das bei der Wahl zeigen. Und es zeigt sich in aktuellen Umfragen ja schon, wie es in Brandenburg aussieht. Und das Ganze sehen wir dann nämlich hier. Das sind hier von 1000 Befragte vom dritten, vierten, also relativ aktuell. Ne, 25. Vierter ist es hier sogar schon. Und der Vergleich bezieht sich um den dritten, vierten. Und dann sehen wir das. AfD hier bei 25 Prozent, ganz klar und eindeutig auf dem ersten Platz. Die CDU bei 19 Prozent, gleichauf mit der SPD bei 19 Prozent. Das BSW von Sarah Wagenknecht bei 13 Prozent, Grüne bei 7 Prozent, Linke 6 Prozent und hier die Freien Wähler bei 5 Prozent. FDP nicht relevant mit 3 Prozent. Und interessant ist, welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt noch in Brandenburg? Eine einzige, die ohne die AfD funktionieren würde, alle anderen nicht. Und da wird die CDU ihr Gesicht verlieren, wenn sie mit der BSW agieren wird. Und das Ähnliche werden wir beispielsweise auch in Sachsen sehen, dass die CDU dort natürlich versuchen wird, mit der BSW was zu machen. Vielleicht auch in Thüringen, dass man dort mit der Linken und dem BSW beispielsweise zusammen geht. Wir werden also sehen, dass die Brandmauer nach links komplett eingerissen wird. Die Brandmauer nach rechts zur AfD, die muss offensichtlich weiter bestehen bleiben. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Jetzt schreibt eure Meinung unten rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.